Ich bin Till, ich mache eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik. Hi, ich bin Justus und mache eine Ausbildung als Elektroniker für Betriebstechnik bei der Bundesgesellschaft für Entlagerung. Wir fangen hier mit ganz kleinen Schritten an, nur um die Grundlagen zu verstehen. Durch Ausprobieren, durch Erforschen, durch verschiedene Lernplattformen. Und dann geht es halt auf die Zwischenprüfung hinzu und da fängt es dann halt an mit den Steuerungen. Also alles, wo irgendwo Strom reingeht und die Signale dann verarbeitet werden zu einem Ausgangssignal. Darauf werden wir halt hier über Tage vorbereitet. Unter Tage machen wir weniger mit Steuerung, sondern da geht es halt um die Wartung, die Instandhaltung, Schaltschränke bauen. Also es ist ein sehr breites Aufgabenfeld. Es ist einfach ein cooles Gefühl, morgens runterzufahren und mit seinen Kollegen unter Tage was zu machen, was nicht jeder kann. Und auch in der Berufsschule erzähle, da gucken die doch, wenn man sagt, wir haben da 300 Meter Kabel durch die Grube gezogen, unter der Decke auf Ladern. Wenn man Mathe mag, wenn man Physik mag, wenn man logische Zusammenhänge mag, wenn man auch kleine sowie große Sachen umsetzen möchte, wenn man ein bisschen kreativ ist, dann kann man sich auf jeden Fall den Beruf Elektroniker für Betriebstechnik aussuchen. Also ich kenne keinen besseren Arbeitgeber. Hier wird extrem auf Arbeitssicherheit geachtet. Familie und Beruf ist hier auch ein riesiges Thema. Also man hat hier sehr viele Freiheiten und eigentlich ist fast alles möglich, egal in welcher Lebenslage man gerade ist. Wie lange kommt das nochmal rein? Wie lange kommt das vor? Wie lange kommt das vor? Okay, das war's. Wie lange kommt das vor?